Xavier Kurt Naido ist ein deutscher Soul- und R&B-Sänger, Songwriter, Komponist und Musikproduzent. Nach seinen Skandalen der letzten zwei Jahren meldet Xavier Naido jetzt April 2022 nun mit einem YouTube-Video zurück, in dem er um Entschuldigung bittet. Was sind wohl die Gründe? Ist es etwa wegen Geld? Wenn ja, dürften wir wohl jetzt ein Lied zum bedingungslose Grundeinkommen erwarten? Nun ja, wir dürften gespannt sein. Was denkst du? Teile deine Gedanken unten in den Kommentaren.